Heute passieren gute Dinge. No pressure. Das ist so schwer zu beschreiben. Man hat ja über die Jahre jetzt wirklich Metriken entwickelt, wie man in diesen Fluss hineinkommt. Man bewegt sich da in so eine Improvisation wie beim Surfen und muss halt direkt auf einer Stelle bleiben. So ein Moment irgendwie, damit das rollt und das innere Kind feiert sich dabei komplett tot. Und dann gibt es aber immer noch diesen komischen Taskmanager, der sich dann irgendwann meldet und sagt, hier, die Leute, die haben Eintritt gezahlt, ich muss jetzt vielleicht irgendwie ein Ende finden oder so. Und genau dieses komische Plan von dem, was davor war oder wohin man es entwickelt, arbeitet die ganze Zeit gegen dieses Mach dich doch mal locker, Junge. Und aus dieser Reibung entsteht diese gesamte Energie heute. Ich habe einen guten Zugriff, aber das heißt auch, dass ich meistens überschwänglich werden könnte. Also, ich weiß nicht, wie wir das möchten. Ich halte das mal noch kurz und am Tag. Ich halte das mal kurz und am Tag. Ich halte das mal kurz und am Tag. Ich halte das mal kurz und am Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020